Gestartet. Es geht weiter. Das heißt, wie viel haben wir noch? 7,8 Kilometer? Ja, würde ich so sagen. Da wir pünktlich sind und beide fit, würde ich sagen, wir machen heute die 20 voll. Das ist jetzt noch 7,8. 5,6 müssen wir sowieso noch. Dann machen wir mal eine gute Zahl. Mal gucken, wie sich das ergibt. Der Navigator wird zum Licht. Na dann, kann nix schief gehen. Gleich müssen wir mal wieder klettern. Ich sehe es schon. Ja, du kriegst, du kriegst, ich klettere. Dann kannst du mir ja auch wegkreisen. Könnte ich auch, das stimmt. Ich glaube, meine Bandscheiben sind nicht mehr so gut. Ich habe in der Jugend zu viel geschleppt. Ja, weil da unten wäre besser gewesen. Guck mal. Aber, Gott. Ja, das ist halt so, ne? Das ist so im Leben, wie manche Sachen auch daneben. Ja? Ja? Ach Gott, oh Gott. Wie kommen wir denn da? Bücken oder nicht? Ich bück mich nicht. Siehst du? Scheiße. Mach mal gut. Oh, jetzt ist die Jacke kaputt. Alter. Alles kaputt. Ja, 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 ja. Nein, ist nix. Scheiße. Ja, dann darfst du sogar nach Hause kommen, ne? Mit einer sauberen Hose. Da muss ich mich nicht nackig ausziehen, vor der Haustür, ne? So, hier haben wir schon wieder zwei Wege. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ja, mach mal. Der runter ist immer schneller. Da bin ich nicht eingestellt. Guck mal hier. Hier ist ein Schild. Das ist, keine Ahnung, welcher Weg das hier ist. Das ist ein guter Weg. Das ist ein guter Weg. Da, was war es. Das ist ein guter Weg. Das ist ein guter Weg. Ja, das allemaal. Wir schauen nachher. Ja. Das ist... Ja, wir kreuzen jetzt und gehen jetzt in Kambich. Dann gehen wir noch mit der Kambich und nehmen die Bergstraße, gehen wir mit dem Stück. Und hier ist Marianne. Ja, da vorne ist eine Hütte, ein Haus. Ja? Ja. Privat. Privat, privat. 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 Ja. Aber es ist heute viel Müll Oh, ein Piano Ein Hemingway, black polished Das ist ja Politur Hochplatz, Platz Das war alles da zu dem gehört Hier ist der Bielebrenner Kreuzflug Ach Guck mal Guck mal einer an Ja Da ist wahrscheinlich recht für uns Wenn der Berg runter geht Na gut, das kann sein Ja, der hat sagt Der Park wird schon Ja 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 Warum seid ihr denn nicht durchgefahren? Habt ihr Angst gehabt? Haben sie Angst gehabt? Also nicht Möglich Ja Gimbal Ja 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 So, auch kurz, das stimmst du raus, oder? Ach Gott, ja. Damit wir nicht den Weg von ihm wiederholen müssen. Ja. Aber auf dem vielleicht treffen, da sieht man uns eher. Weiß ich nicht. Ich bleib rechts. Okay, was wollten die Fahrradfahrer? Soll ich zurückgehen, den anderen auf die Tür zu planen? Nee. Der hat mir gleich den Gimbal erkannt. Den Gimbal hat er erkannt. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Der ist schon nach vorne. Ja. Schluss auf, lass sie nicht umfahren hier. Ja. 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 Die Abgase. Ja. Boah. Diesel waren da dabei. Ja. Ja. Ja, vom VW. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir laufen ja parallel. G13-3, Achim. G13-3, Bielefeld. Dann haben wir auch keinen Notfall. Nee. Wir sind heute noch Sturz los. Das ist doch richtig langweilig. Ich beschwör's nicht. Du kannst ja gerne anfangen heute. Stell dir mal vor, wir hätten im ersten Dritten geführt. Wie peinlich. Gar eine Kameraaufnahme. Das wär's, ne? Da hätten wir's auch mal irgendwie nachstellen müssen. Ja, warum muss ich hier eigentlich auch am Rand laufen hier? Drück mich immer weiter nach links hier. Da steil mich runter, oder was? Nee, hier, da siehst du doch hier. Anziehen, oder was? Siehst doch da. Was denn? Hier die Kante, siehst du das nicht? Ja, das ist ein Mordanschlag auf mich. Ein Attentat. Da haben wir einen Attentatversuch auf mich gestartet. Da zieht sie ganz schön hin, ne? Ja, ich will mal noch ein weißes Bild machen. Sonst glaub ich gar nicht, dass es hier noch Schnee war. Ich kann doch das Video gucken, Mensch. Ich hab's nicht dahin gut an, oder drei Stunden wie wichtig. Wie geht die ganze Zeit, oder? Wahrscheinlich macht sie das nicht, ne? Vielleicht wenn ich mal unter der Erde bin. Was gibt's da zu hart? Ja, ist wahrscheinlich so. Gut ist ja. Ich frage mich sowieso, wie lange YouTube die Bilder speichert, oder die Videos. Ist ja kostengünstiger. Hast du die nicht auf der Platte, oder was? Hab ich auch, natürlich. Also sonst muss ich mir die kopieren. Ne, ne, ich hab die natürlich auch noch. Aber kopieren kannst du die ja auch. Ja, da muss ich aber. Ja, muss da auch vorbeikommen. Das dauert nämlich etwas länger. Das ist ja nicht. Nein, nein. Was war das? Wofür waren die? Für mich? Ne, Klaasin. War das Klaasin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie ein Dichter, oder... Irgend... Klaasin. Gedenktafel. Scheiße. Gibt's schon. Oh, oh... Du Armer. Keine Punkte. Für das 150. Bild von dem... Ja und? Oh Mann ey. Und das nennst du nicht Mogel? Ja. Fine. Ja. Und weißt du was, jetzt gehen wir auch wieder runter. Wir gehen auch gleich runter. Und theoretisch wäre die Dürfen zu Ende. Eigentlich hatten wir ja schon jetzt auf dieser Mobile Messe da in Barcelona schon damit gerechnet, dass wir das S4 raus veröffentlichen. Das ist hier Gear. Angeblich baut der Samsung einen Sensor ein, um den Blutdruck zu messen. Das wird sowieso ein Problem werden, weil das dann ja eigentlich ein medizinisches Gerät ist. Da muss man ganz andere Voraussetzungen haben. Da bin ich immer gespannt. Doch. Doch. Hört zu. Nein, ist es nicht. Deswegen musste... Wer war das denn jetzt gewesen? Irgendwas entfernen. Nachträglich. Achso. Die Waage von Nokia, da gab es eine ganz teure für 189 Euro. Ja. Die konnte... Das weitersenden. Ne, die konnte irgendwas zusätzlich... Ich weiß es nicht. Ob das der Blutdruck war. Irgendwas. Und da wurde gegen geklagt. Und das wurde dann als medizinisches Gerät deklariert. Und dann mussten wir das per Software entfernen. Das Problem haben die Uhren ja auch. Steht mir immer bei. Das ist kein medizinisches Gerät. Bla bla bla. Aber wenn die bestimmte Sachen zum Beispiel wie... Hier Zuckergehalt und so, ne? Wenn das Blut ist. Soll ja auch irgendwie gehen. Dann ist das ein medizinisches Gerät. Und dann... Unterliegt das ganz anderen Normen. Rechts. Rechts. Und dann links Mensch. Nein. Oder hier. Das war schön da oben da oben. Wollen wir da oben hoch oder gucken? Ja, dann gucken wir hier oben. Ja. Ja, ich glaube... Hier waren wir. Hier waren wir schon. Hier geht der Weg runter. Hier waren wir noch. Du kannst mir mal in Wasser. Hallo. Hallo, hab ich auch noch. So, da sagt die Uhr, haben wir 13.41 Uhr, also maximal eine Stunde noch. So, da sind wir 14.41 Uhr, naja komm, gehen wir an. Lass uns jetzt direkt zurück. Direkt zurück? Jetzt kommen wir an den Turm nochmal vorbei. Das reicht. Warte mal, warte mal. Bitte mal. So. Ja, gehen wir dann lang. Ich hab' da fast nur abgezündet. Ich hab' da fast nur abgezündet. Naja, vielleicht 500 bis 400 Meter länger, dann gehen wir nicht denselben Weg. Aber ich müsste mir natürlich mitgucken. Mir ist egal. Ja, das. Ja? Ja, mach. Was? Ja, geh. Navigier. Navigier. Komm. Komm, kurz vorm Turm kommen wir wieder auf unser Hut. Das heißt, du kriegst den Turm auf jeden Fall noch auf die Kamera. Ja. Ja. Peinlich liegen wir da auch gut. Halb bis Stunde sind wir wieder zu Hause. Ja. Dann gehen wir zu Hause. Ja. Hier von 1 bis 40. Aber vom Fründ bis spätestens müssen wir am Parkplatz sein, ne? Ja, ja. Das kriegen wir da hin. Na, wie ist er. Gibt's natürlich keinen Kampf um den Kuchen. Ja, weil wir ja zu spät sind. Ja, ja. Justine, ja. Hast du den Parkplatz bezahlt? Hä? Was hast du für den Parkplatz bezahlt? 2 Euro Für den ganzen Tag, oder? Für den ganzen Tag, ja Gibt's nur Tagesticket, oder? Ja, du standst da auch Ja Kannst dich nicht mal beklaren Ja Ja Ich bin Und Ich verstehe Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist wohl so. Ja, das ist noch nicht mal da eingetragen. Doch, eingetragen, richtig ist es. Wie ist er? Ja, ja. Oh, jetzt geht's hier ab hier. Und vorgehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da muss ich mal gucken. Meine Meindl Halbschuhe. Ich muss ja eine neue Sohle drauf kriegen. Die ist schon total abgelaufen. Ja. 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 Was hast du? Doch, den gibt's ja noch. Doch, den gibt's ja noch. Aber ich weiß nicht, das sind ja so geklebte Dinger, ne? Ich weiß nicht, wie die das machen. Die kleben auch. Ja, schleifen das dann ab und dann... Ja. Das weiß ich, weil von einem Kumpel von mir war auch Schuh damals. Ja. Ich eben auch. Da müssen wir abschleifen und dann eine neue... Ja. Ja. Die Schuhe sind nämlich top, ja. Da will ich nicht. Macht keinen Sinn. Die kosten 160 Euro, ne? Ja. Wenn ich dann selbst hätte auch gucken, ob ich dann eine neue Sohle unterkriege. Ja. Kein Sinn, ja. Jedes Jahr... Der Rest noch halte ich nicht. Ja, natürlich. Die sind ein Jahr alt oder so. Klar. Das läuft natürlich jetzt zigtausend Kilometer. Ja. Nutzen die sich natürlich ab. Ich frage, was die da natürlich jetzt für eine Sohle runter machen, ne? Ja. Schon gut. Und wie hast du mit deinem Kissen geschlafen? Das ist ganz schön hart, ne? Ja. Hast du auch probiert? Ja, ja. Weil ich tu meine Hand immer noch oben mein Arm unter das Kissen. Ja. Und das ist doch ganz schön hart, ne? Ja. Das ist halt... Das passt sich der Form an und bleibt dann halt so. Aber... Das ist noch nicht. So jetzt groß anders wie mit dem anderen hab ich jetzt auch nicht geschlagen. Mal über längeren Zeitraum testen, ne? Ja. Ich lass jetzt auch das machen. Wir gucken erst mal. Ja. Musst mir aber anhören. Hier. Dein Holzbrett da. Was ist denn dein Holzbrett? Hahaha. Hahaha. Dein Holzbrett. Hahaha. Tja. So ist das. Wahre Männer schlafen auf dem Holzbrett, ne? Ne. Ne. Ich muss aber sagen, dieser ganze Schnee, der strahlt ganz schön die Kälte ab, ne? Ja. Finde ich. Also eben oben war es viel wärmer. Auf dem... Ne? Hoch. Im Kammweg. Achso. Okay. Oder unten im großen Bogen. Ne. Weiß ich nicht. Ne. Wir gehen weiter durch. Aber wir müssen diesen Bogen haben. Diesen. Ne. Komm, dann lass uns hoch. Dann gehen wir jetzt zum Kammweg und dann werfen Kammweg zurück. Oder ist das Kammweg? Ich glaube, das ist der Kammweg. Ja. Müsste sein. Vielleicht haben wir ja auch noch Glück. Der Turm ist auf. Dann könnte man da ja noch. Noch mal reingucken. Ja. Wolltest du noch einen Snickers holen? Nicht einen Snickers holen. Eine gute Aussicht holen, ne? Ja. 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 Ne. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Minus 100, ne? Minus 100, ne? Okay, so. Gleich gucken. Okay. So. Du rötst ja auch nicht so viel. Wegen dem Knie. Und ein bisschen das Knie schon. Ja, das kriegen wir doch. Ja. Letzte Woche haben wir 138, ne? Ja, letzte Woche war, glaube ich war bei mir so ein Rekord. Ja, bei mir auf jeden Fall. Wegen Handys. Ja. 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 Danke. Ja. Du musst dir das ja anhören. Mahlzeit. Hallo. Vielleicht. Wenn's denn läuft. Genau. Guck mal, hier ist ein Loch im Baum. Das haben wir eben aber nicht gesehen, wenn wir von der anderen Seite kamen. So ist das, ne? Mahlzeit. Einmal Klasina. Klasina. Ja, stand da auf dem Baum. Keine Ahnung. Mit diesen blauen Markierungen. Seht so aus. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh. 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 Versteckt hinter den Bäumen. Versteckt hinter den Bäumen. Nein. 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 30% nach. Ich kann nicht lange Musik hören. Ich höre immer höppiger. Ich wollte nicht mit dem Wald wandern. Nein, mit dem Wald nicht. Guck mal, das Ding ist schon. Grätsche. Gimbal. Gimbal macht Grätsche. Ach gut, das ist die Kälte. Wechsel? Kann ich nicht. Habe ich keinen. Kann ich aushalten. Und der Turm ist nicht drauf. Ja. Muss wohl doch den anderen haben. Der wechselt 8 Stunden. 2 bis 4 ist zu wenig für uns. Ja. Ja. 2 bis 4 Stunden. Ja. Und bei der Kälte. Ja. Im Wald hat er eben viel mehr zu tun. Also von daher. Ist schon gut, aber reicht halt nicht. 4 Stunden. 4 Stunden waren wahrscheinlich auch großzügig. Ja. Wenn er irgendwo steht. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Das ist doch die Uhr. Das ist doch recht. Ah, dann laufen wir falsch hier. Bis zum eisernen Anton sind 9,7 Kilometer. Wir sind richtig. An den Touren sind wir vorbeigelaufen. Kann das sein oder was? Nein. Doch, müssen wir. Doch, müssen wir. Was? Was ist das denn hier? Aussichtspunkt. Ach ne, das ist ein Aussichtspunkt. Ja, wie gesagt. Am Tour sind wir vorbei. Komm. Ja. Es ist egal. Ja, sind wir. Genau. Ja, aber dein Jimbo ist ja eh mehr. Ja, 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 ja. Wir haben noch 1,2 Kilometer bis zum Tierpark. Mehr nicht? Nein. Ja, dann iss. Kann das sein? Ja. Wir sind wieder vorbeigekommen. Natürlich sind wir hier vorbeigekommen. Ja. 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 Na ja, das ist gut. Hast du den überholt? Hab ich nicht. So, das haben wir ja. Genau. Aber wir gehen jetzt einen anderen Weg, oder? Ja. Ja. Wieso? Wir sind doch jetzt hier. Nein, der ist verkehrt. Also, wir können natürlich einen Bogen machen, wenn der wird. Ja, ist egal. Komm. Wieso 1,2 Kilometer bis zum Tierpark? Das ist doch egal. Das? Ja. Ja. Nein, never. Das stand da. Nein, stimmt nicht. Das stand da. Ja, wenn wir den richtigen Weg gehen, guck mal. Guck mal. Wir gehen jetzt hier runter. Da runter. Dann müssen wir so einen Bogen machen und kommen wir... Dann machen wir das dreifach am Weg. Da ist der Tierpark. Da sind doch mehr als 1 Kilometer. Ja, wir können hier lang gehen, natürlich. Komm, wir gehen hier weiter. Ja. Ja. Das stand 1,2. In diese Richtung. Hier ist noch... Was? Hier ist noch ein Aussicht. Ja, komm. Komm, wir gehen hier hin. Ja, komm. Ja, komm. 14 Uhr. Du, wenn wir das jetzt noch eine halbe Stunde haben. Gibt's am Tierpark vielleicht noch einen Kaffee oder so? Die Frage ist lieber... Lieber Kaffee oder lieber 20? Nö, dann nehm ich den Kaffee. Ja? 20 voll. Alter, die 20 schaffen wir nicht mehr heute, Alter. Vergiss es. So viel Zeit haben wir nicht. Außerdem hab ich... 45 Minuten... ...kein Gimbal mehr. 45 Minuten brauchen wir dafür. Ja, ja, ja. Warte mal. Hat man eigentlich immer gut gemacht. Der Geist ist schlecht aus hier. Ja. Ist komisch irgendwie. Komm. Ich auch. Ich mach noch eine Statusmeldung. Bleib hier. Aber irgendwie... Das geht aber noch. Achtung auf deine Hose zu putzen. Wir sind noch nicht fertig. Da ist eine Bank. Ab zur Bank. Da kann man noch ein bisschen Wasser trinken. Ja, das geht aber auch schon weiter. Ja, das tut mir. Ich nehme dich an. Ich nehme dich an. Ja da sind die Kerlin. Wenn ihr da tue, Zwei der Kaffee? Verbild. Und wenn ihr da seid. Und wenn ihr da seid, das ist ja da seid. Es leitere. Und wenn ihr das. wo seid. Weil ihr da seid. Ja da seid ihr in, das ist ja da seid ihr. Das war's für heute. Was ist der Aussichtspunkt? Ich würde ihn als Aussichtspunkt bezeichnen, aber du kannst da schön runtergucken, links schön runtergucken. Ist doch nicht schlecht. Reserven! Reserven? Was hängst du denn? Ich bin ja nicht so verschwenderisch wie du. Alle fünf Minuten und Taschentuch. Ah, wie schön. Guck mal. Hä? Wie schön ist das hier? Ja. Das ist doch so gut. So, dann lassen wir mal weiter. Ja. 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 Hier wird auch gefahren. Ja. Ist doch gut so. Bei den ganzen... Fingern kommen nur äh... 20 bis 30 oder 25 oder 10. Oder? Was meinst du? Keine Ahnung. Gute Frage. Die alle äh... Also der schon mal nicht da. Den unterstützt du immer ein bisschen, kriegst du ihn nicht mehr hin, oder? Ja, die... Das soll ja bis jetzt überhaupt mal da rauskommen. Ich hab's ja schon zwei Jahre wart. Ja. Da vorne auch schon wieder umgeknickt. Einer... Tja... 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 Verdreht? Nein, alles ist in Ordnung. Ich bin ein bisschen vorgerutscht. Weil du mir den Weg... Ja, Hans... Hans guck in die Luft. Ich hab auf die Fahrradfahrer da vorne geguckt, ehrlich gesagt. Ja, da musste ich konzentriert... Du wirst gleich bestraft. Bei der Sache sein. Muss das heißen. Aber es hat einen Vorteil. Hä? Wir haben immer noch keine Matschluge. Ja. Aber wenn das jetzt wieder auftaucht... Ja. Dann ist immer wieder... ...den Matsch. Da sind ein richtig. Da haben wir einenнаen, weiblos... ...den Matschluge. Tja. 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 Vielen Dank. Dann machen wir so ein Eiskollet hier. So, ich denke hier hoch oder was? Ja. So, ich denke hier. Von der Atmosphäre her auch. Die Sonne wärmt schön. Die Sonne wärmt. Da muss der Mantel wohl doch ein Jahr im Schrank hängen bleiben. Ich denke hier auch. Morgen sind es schon 11 oder bis 15. Ja. Ja. Das ist ein Mann. Da ist er. Direkt hier vorne. Ja. Jetzt sehe ich noch. Da unter. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wie viel? 18. 18? Ehrlich? Ja. War es nicht 16,8? Nein, ich meine, es hat dann 18 gesehen. Oh, 18. Stimmt. Halt mal. Okay, das könnte noch klappen. Jetzt sind wir 17. 30 Meter. Okay. 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 Thank you. So. Ja. Ja, wir sagen jetzt doch, dass wir quasi hier fast fertig sind, ne? Wie viele haben wir denn noch? Sind wir da oder da? Egal. Wenn's egal ist, dann lauf mal. Da unten ist noch mehr los, guck's jetzt mal an da. Alter! Ja. Ja, wir sind jetzt mitten im Tierpark. Wir können jetzt hier runter. Okay. Ja, dann lass uns hier das Video beenden. Fazit. Ja, Problem war, erste Video, das haben wir natürlich nicht. Wir haben jetzt noch zwei. Erste Stunde mit dem Turm fehlt. Genau, ein Drittel. Ein Drittel fehlt. Ja, das kann man nicht mehr ändern. Ein paar Fotos. Ja, Fotos haben wir davon gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken bei Komoot. Ansonsten, äh, ja, ganz nette Strecke. Wetter war toll. Schon fast, äh, frühlingsmäßig, jeden Fall. Und, äh, ja. Dann bis nächste Woche, denk ich, ne? Ja, guck mal da noch einmal hin. Ja, hier ist richtig der Bär los. Ja, keine Ahnung. Viele, viele Tierchen. Und Kinder. Äh, sensory final, integer. Okay, vielen Dank. Auch hier, vielen Dank. Und jetzt kommen wir unbedingt rein.